Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ben and Ed. Ja, und zwar wurde sich gewünscht, dass ich noch ein paar Runden hier zocke. Und ja, da wollen wir mal gucken, wo waren wir denn zum Schluss? Wir waren ja oben bei der 3. Ich habe auch tatsächlich nicht weitergespielt. Das heißt, wir machen da weiter. Wo ich gräuchlich versagt habe. Gräuchlich, wollte ich sagen, nicht gräuchlich. Und ja, ich habe die Musik auch ein bisschen leiser gemacht, wie ihr das mitbekommt. Weil, ich bin so blöd. Ich würde das gut lösen, wenn ihr gegen das. Die Musik ein bisschen leiser gemacht, dass ihr mich auch ein bisschen besser versteht, nicht? Wow. Wow. Okay. Ja, okay, dann reden wir nochmal runter. Das war ja ein grauselhames Level hier. Ähm... Ähm... Nee. Oh, nee, 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 ich stehe auf. Ach! Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. . . . Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! . Ja, ja. Das ist ein bisschen . Man! . Ok. Aber hier habe ich so scheiße Dosen. Ah. Ach, man! Ok, dann nochmal. Diese Google, diese Google, dann da kannst du halt und dann nochmal diese Google. Muss ich sagen. So, dieses... Warte mal, ich... Ok. Oh mein Gott! Geht voll raus aus dem Spiel, das geht ja gar nicht. Ok, wir versuchen es selber nochmal. Das ist die Vulkan, dann muss ich jetzt hier rüber ausweichen. Ja, das ist doch viel schöner jetzt. Versuche ich jetzt hier irgendwie... Oh, einfach durch zu... Ah! Oh! Oh nein, komm! Ach ja! Ich muss noch zum Checkpoint... Nein! Dosenloch! Checkpoint! Yes! So! So! Okay, das musst du hier eigentlich... Packen! ... 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 jetzt ich habe dieses level hier schon mal geschafft so und nein nein man die bei der leo so okay Okay, jetzt aber. Kann nicht so schwer sein. Ich bin so gegangen. Ich habe es schon mal geschafft. Hühnchen weg. Was die Hühnchen herndauern wollen, verstehe ich auch nicht so ganz. So, okay. Jetzt noch hier wieder. Ja. Ähm. Äh. Äh. Okay. So, ich weiß nicht. Also, ich dachte, das habe ich ja schon mal geschafft. Das gibt es ja gar nicht. Schenk da an diesen komischen. Kurvigen. Komm, du musst es schaffen. Scharf es einfach. Scharf es. Dann muss er komplett sein. Weil es sonst zu schwer, äh, zu lang, weil es sonst zu langweil ist. Äh. Äh. Okay, das war auch diesmal. So, ich gehe in die Würfel. Ich gehe in die Würfel. Ja. Und wieder schießen. Oh, das Spiel wird wieder verkackt. Ich gehe in die Würfel. Alter, 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 alter! Was bleibt hier noch? Alter! Ey, alter Schwede! Nein! Ich will die ganze Scheiß nicht nochmal machen! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das ist doch eine Qual! Okay, ja! Boah, klick ich! Das ist echt zu eiskalt sein! Nein! Okay, noch ein Versuch! Okay, wir warten mal bis der bei mir ist! Jetzt schießen! Pong! Na! Pong! Pong! Alter! Jetzt! Jetzt kommen wir nochmal an der Stelle, wo wir das letzte Mal nicht weiter kamen! Schissene Kacke! Ein bisschen! Nein! Ach nein! Ach! Ach! Da war nichts mehr mit lenken! Und jetzt nochmal! Los! Ach! Ach! Guck mal! Ich hab das gesehen! Ich hab da eine Idee! Okay! Die Idee ging schon! Mann! Okay! Wir könnten hier! Ähm! Was haben wir versucht, mit dem Kopf rein zu kommen? Ne! Äh! Ne! Das geht nicht! Ach! Wenn man ja gebraucht! Mh! 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 Pfff! Okay! J-j-j-j! Jetzt stand ich ja besloh! Äh! 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 Äh, äh! Äh.. Nach, das gibt's doch gar nicht. Ach, das ist eine Scheißstelle hier. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt... Gerolimo! Nein. Das ist ja schwer. Wenn ich Stelle endlich drüber rauskomme, das gibt's ja gar nicht. Egal. Ich kann auch hüpfen, ich kann auch hüpfen. Nein. Mann. Ich raste aus hier. Nein. Oh Mann. Ach, ich stelle weiterkabel hin. Egal. Aber kann man ja nicht hier so... Yeah. Ach, guck. Aha. Aha. Den Kameramann einfach da mal. Okay. Aha. Alles klar. Gut. Wird gemacht. Ist das cool? Weiter. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Ja, wir sind auf die Stelle. Ja. 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 Oh. Ich kippe da drüber. Es ist aber gut hier. Wir haben den Kameramann gekillt. Es ist aber... Durften wir weiterkommen. Oh. Alter. What the fuck ist das? Nein, nein, nein. Oh. Was ist das? Muss ich da mal? Was muss man denn? Oh. Knapp. Nee. Shit, was war es denn? Ich hätte da weiterkrabbeln können. Was mache ich hier? Ah, mit E. Okay. Ich habe es geschafft, Leute. Der Rest spielt keine Rolle. Ja, 14 oder 16. Okay. Aber man kann dann... Die spätere Level stellt man dann mit diesen Dosen frei. Das ist klar. So, kommen wir zum vierten. Wie gesagt, das wird jetzt hier kein direktes Let's Play oder irgendwas. Das wird ja einfach so ein... Ja. Ernsthaft? Hallo? 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 Da kommt man rein und da kommt man auch rein. Ach, was mag ich denn noch an da? Ich schreit mir gegen die Scheiß an. Yeah. Und... Yeah. Yeah. Was muss ich... Das muss doch hier irgendwie durchgehen, ey. Also... Yeah. Yeah. Ja. Was ist das denn? Ja. 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 Nee, jetzt richtig. Jetzt richtig, jetzt richtig. Ja. Nee, kann man jetzt tun. Jetzt Schluss. Jetzt wird der Dosen gerallt. Ja. Ach, nee. Ist ein Scheiß. Ja. Ja. Alter, lass mich wieder aufstehen. Ich will wieder aufstehen. Hör auf. Hör auf. Hallo? Ja. 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 Kann man denn jetzt eigentlich schon noch... Ach, guck mal, hier. Einmal, zweimal. Wir brauchen ja die Dosen hier. Ladies and gentlemen, wir brauchen die Dosen. Ich hab jetzt ganz vergessen, mal nachzugucken, ob hier auch eine Tür aufgeht. Nee, tut nicht. Ja. Nur gut. Dosen. 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 Und hier. Augen. Ähm. Ähm. Hä? Was? Oh. 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 Ja, fein. War nicht raus hier. Ich sitze hier hinten durch, wa? Okay. In der Land. Wo denn? Wir sind vor kurz? Ui! Trähe vent! Trähe vent! nur kleiner wo wir hier gar nicht mit der türe auf sehr schön ist das dumm zu testen ob die türe aufsteht wir hatten 77 ok wir kommen zum nächsten mal gucken was man da wieder machen muss hallo kann ich jetzt wieder kann ich nicht ich muss jetzt über den kopf weiter solz trotzen füllen rollen würde ich sagen wollte flitzen zu sagen ich habe schon was So ein Geier! Was? Das scheint jetzt so ein Bus zu sein, oder? So, endlich schon wieder da! Alles ist super, alles ist super! Epa! Die Hefe zu, da haben wir noch Flüssen! Ach du Zau! Oh! Ach guck mal, hierher! Flüssen, Flüssen! Kann man da mal laufen? Was ist denn das? Was ist denn das? Na gut, das muss ich sehen, dass ich hier noch zu laufen! Aber muss ich das auch mal probieren! Oho! Lauf! 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 Okay! Ähm! Oh! Jetzt ist das ja nicht so gut gewesen, wenn es sein tut! Alter! Ich habe mich total krass! Muss aufpassen! Ich werde ja mal wieder denken, hier oben reinzuziehen! Alter! Nein! Nein! Okay! 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 Ähm! Ja! Hallo! Das ist ja krank! Ja! Die läuft nach vorne! Äh! Äh! Jetzt aber! Nee! Ich werde nicht hier runter! Bitte! Aber scheiße! Das muss ich wegen der Dosen! Oh! Oh! Was soll ich denn mitziehen? Ach, guck mal auf die Augen! Was soll ich denn mitziehen? Oh! Was ist denn mitziehen? Was ist denn mitziehen? Ich bin schon mal auf die Tasne rein. Okay, wir haben. Ich bin schon mal auf die Tasne rein. Ich sehe, dass ich die Tasne rein. Ja, genau wie ich das. Oh, jetzt wird er schneller. Oh, okay. Diesen, 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 das läuft dann. Alter, wie stört man jetzt. Oh, da ist jetzt eigentlich wieder dieselbe Kanone. Ich hoffe doch. Wie ist die, die ist kaputt. Scheiße. Ich muss ein bisschen aufpassen, was er jetzt gemacht hat. Oh, da kommt noch einer. Okay. Nein. Schnell, kann ich ja nicht mehr rumdrehen. Okay, das ist jetzt schon etwas spannender. Die ganze Zeit war es nur Spaß. Nein, falsch rum. Ich habe mich jetzt noch schrauben. Okay.